Und einmal in Horror-Qualität aufnehmen. Ja, ich habe ein Hotel hier. Vielleicht wieder als Peak-Touch, weil ich meine Evo die Ohren vergessen habe und die nicht so toll sind. Ich glaube nicht, dass ich sie dabei habe. Und wenn, dann sind die uralt und kaputt. Das Kost wurde mal repariert, aber hat sich nicht gut gehalten. Geil.